Ich mach gleich mal an die Säule ein Leuchtfeuer und eine Eisfalle Mal gucken Ich mach die Arena einfach auch nicht, ey Ich hab überhaupt keinen Freund von der Arena Der ist rechts rumgelaufen Der ist halt nicht so viel live Ja, war klar, dass er auch nicht Stand Ich viermal Obwohl, ne, momentan wir im Stand So, jetzt Ich bin gestunnt, der Feral geht auf mich Ich geh jetzt pfeifen So, ich bin wieder drauf, auf den Feral Okay, ich auch Kannst du den Vieren, den Tisch Okay, der Feral ist down Okay, sauber Guter Vier, trotzdem Dann jetzt auf den Trichter Okay Ich hab das bekommen, oh, geil Bosse und 200 Weltquests Dann hab ich drei Skins Äh, die Leute, den hier in drei anderen Farben macht Ja Ja Ja, hatte ich schon Naja Keiner ruhig Oh, fuck Oh, leck mich doch Oh, leck mich doch Oh Doppelbubble Ich bin so blöd Und Ich bilde das Tastes Ich bin so blöd Ich bin so blöd Steh Doppelbble jawohl schön 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 nein da ist er gott sterb 1 ist man ja wir wollen jetzt nicht sehen den mage, wollen wir den mage runter kloppen, warten aufm eisbock oder was wollen wir machen oder ich bin jetzt mal aufm munk ich bin schon nicht stun ich kann beide stun gerade, fuck jetzt alle drei oh komm die haben nix mehr da, chop die weg du musst peelen ey, peel für den monk, ihr schafft das peel für den monk, die können nix außer bürsten nix, nix ist halt high risk so dreifach die idee weißt du ja heftig wenn der anfangs bürsten nichts wird so dann mann rausnehmen können so auf ihn wollen wir auf den jäger rauf, 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 rauf direkt nix benutzt hat er dinger kein schild ich frag mich auch warum so, er kann zwar kein damage machen dann ist klar aber, ne aber er kann wenigstens gehealt werden truierisch gecountert was macht der ey was macht der ey okay dicker hast du gerade das doppelte in dem ich hab meine farbe gewechselt, hast du gesehen? wunderschön so oh fuck, oh fuck, oh fuck, der will mich, der will mich, der will mich ha idiot wohl ah alle hätten nach der säule scheiße, man oh fuck, ich wusste ´nen monk ja jetzt kommt der monk rein, ich wandel raus er kann nicht lange unsichtbar bleiben da hat man dort da ist er wieder das desorientiert ah ich komme nicht raus oh baby schönes ding warum habe ich jetzt double kill gekriegt das ist einer gestorben hey das addon ist so bescheuert ok morgen ist gekickt die männer stirbt an meinen dots da oben ja der ist doch schon tot mein addon hat es mir gesagt meistens im nächsten patch ballern dann alle so 3 millionen dps durch keine ahnung pass auf der mage ne der ist eine bestimmte zeit unsichtbar der kommt gleich irgendwo und schiebt uns alle da ist der mage und zu spät jetzt da da das gibt es ja der muss jetzt sterben jetzt 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 er hat aufgegeben Ich werde kurz wieder auf den Dings gehen, auf den Shami, und dann gehen wir auf den Shadow. Oh, ich bin runtergefallen. Echt? Ja. Naja. Du hast jetzt chillen erstmal hier rum, du weißt. Ich bin entsetzt. Alter, ich bin betört, keine Ahnung was noch. So. Noah ist tot. Easy. Jetzt kann man auf den Shami, oder? Oh, ich nicht. Okay, cool. Schieb, schieb, schieb. Oh, fuck man. Wieder verkackt man. Oh, man.